Herzlich Willkommen zu diesem Video, es ist wieder Donnerstag und wir können mal gucken was für Spiele es gratis gibt. Es gibt hier diese zwei Spiele diese Woche gratis und ich habe eine Benachrichtigung unten rechts gehabt und darauf ist wenigstens mir dieses hier aufgefallen. Wir gucken jetzt alle drei Spiele nach und nach an und dann installieren wir sie auch mal. Pause You pause to think It won't Prepare to fight the root of all evil. Aber damit haben wir das erste Video gesehen von Remnant. Ist ein Actionshooter, man kann es auch im Koop spielen. Gucken wir mal eben wie groß es ist. Ja, ich möchte es gratis haben. Ja bitte. Installieren und das ist auch 37,5 GB groß. Das ist viel für ein Kartespiel. Gucken wir uns gleich das nächste Spiel mal an. Das ist viel für mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Video auch gesehen, es geht hier um der Alto Collection, ist ein Abenteuer Indie Spiel, gucken wir auch mal an wie groß dieses Spiel hier ist. Okay, es dauert noch ein bisschen, dann gucken wir mal in der Zeit das dritte Spiel an. Und hier gibt es drei Total War Saga. 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 Bruder, ich kann kämpfen. Geh, suche Hilfe. Es wird viel zu kämpfen. Untertitelung des ZDF, 2020 Alles klar, da haben wir uns das Spiel hier jetzt auch angeguckt. Das ist ein kleines Strategiespiel. Und das gibt das nur bis zum 14.08. um 15 Uhr. Danach kostet es wieder Geld. Heißt, wir schnappen jetzt hier gleich mal zu. Und packen es auch mal in die Warteschlange. Ich werde hier mal einen kurzen Cut machen und euch gleich noch die zwei Größen angeben, wie groß die anderen Spiele sind. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir auch wieder. Das erste Spiel hat hier 37,4 GB. Das ist gleich fertig installiert. So, das zweite Spiel hat süße 160 MB. Und das dritte Spiel, was du nur bis morgen da ist, hat 16,8 GB. Gut, bedanke mich fürs Einschalten und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Wiedersehen.